Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo und ich bin Markus und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, Markus, weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist ein Thema, wo ich gar nicht so weiß, ob wir einer Meinung sind. Wir werden es gleich herausfinden. Okay, wir werden es herausfinden, ja. Und ja, was ich auch selbst gerade auch viel am Bewegen bin, noch nicht so klare Antworten hatte. Ich glaube, jetzt schon ein paar Ideen habe, wie man darauf antworten kann. Und zwar geht es um das Thema Soldat und Christ. Gerade im Hinblick ja auf den Ukraine-Konflikt. Das ist ja nochmal sehr viel gegenwärtiger geworden. Wir nehmen die Folge ja jetzt auf und in zehn Tagen laden wir diese Folge hoch. Also insofern, weil keiner weiß, wie dieser Konflikt sich entwickeln wird, wissen wir gar nicht, ist der zum Zeitpunkt der Aufnahme noch aktuell? Ist er nicht aktuell? Für uns ist er gerade aktuell. Wir sind mitten drin. Und ja, da eröffnen sich natürlich viele Fragen. Ja, wir sind plötzlich mit 100 Milliarden Euro an die Bundeswehr konfrontiert. Ja, plötzlich wird aufgerüstet. Über eine Ecke kenne ich eine Person, die in der Rüstungsindustrie arbeitet, wo ich weiß, da wird ordentlich aufgerüstet. Übrigens auch schon, bevor der Krieg richtig ausgebrochen ist in der Ukraine. Da ist man, also bin ich auch schon davon ausgegangen, dass da wirklich auch ordentlich was losgeht. Auch wenn man halt gehofft hat, dass es nur Drohungen ist. Ja, aber es bringt eine Reihe an ethischen Fragen auch mit sich. Christ, unser Soldat. Und so haben wir eben eine Frage per Mail bekommen. Auch wieder eine Zuhörerfrage. Wir freuen uns über Zuhörerfragen. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns zu und wir freuen uns drauf, dass auch immer wieder welche reinkommen. Tut uns leid, wenn wir nicht alle nehmen können. Aber wir versuchen doch möglichst alle zu nehmen. Ich lese sie mal vor. In Anbetracht des militärischen Aufrüstens, Christ und Soldat, ist das vereinbar? Gottes Gebot, du sollst nicht töten versus Anerkennung der Obrigkeit. Widerspricht die Tätigkeit als Soldat dem biblischen Grundsatz, Gott gehorsamer zu sein als den Menschen. Also ein bisschen kryptisch formuliert. Aber letztendlich die Frage, darf man Christ und Soldat sein? Gleichzeitig ist das vereinbar. Wie gehen wir mit dem Gebot, du sollst nicht töten um? Gleichzeitig sollen wir auch die Obrigkeit ehren, was ich jetzt bei der Fragestellerin so vermute. Anerkennung der Obrigkeit im Sinne von, ich erkenne das an und dadurch bin ich auch bereit zum Militärdienst. Mach diesen Dienst, ja. Widerspricht die Tätigkeit als Soldat dem biblischen Grundsatz, Gott gehorsamer zu sein als dem Menschen. Ja, ich bin damit auch noch nicht in Berührung gekommen praktisch, aber du sicherlich schon. Wir haben gerade uns unterhalten. Du bist ja noch ein bisschen jünger und ich musste mich aber mit 18 damit auseinandersetzen, ob ich jetzt Militärdienst mache oder verweigere. Ich habe verweigert. Das heißt, das würde ich jetzt, weiß ich gar nicht, ob ich es nochmal genauso machen würde. Damals war für mich mehr die Frage, wie nutze ich dieses fast ganze Jahr sinnvoll? Und ich hätte zwar Interesse daran gehabt an so einer Grundausbildung, so sechs, acht Wochen, aber den Rest von dem, was ich gehört habe, ging es dann nur ums Saufen und in der Kaserne sich langweilen und das wollte ich nicht. Und dann habe ich lieber was Gutes gemacht und bin in einen alten Pflegeheim gegangen und mich mit alten Leuten beschäftigt. Das war auch ganz schön bei uns in der Diakonie. Aber also ich glaube, dass die Frage jetzt halt brisant geworden ist, weil tatsächlich Frieden und das, was wir hier haben in Deutschland mit unserer Demokratie, unsere Werte, unsere Freiheit, ja, vielleicht noch nicht sofort bedroht ist, aber zumindest ist dieses Szenario plötzlich größer geworden, also ein Krieg rückt näher. Und von daher jetzt allein bei der Frage, würdest du dein Land verteidigen, wenn wir angegriffen werden würden, so wie die Ukraine angegriffen worden ist jetzt, würde ich sagen, ja, würde ich machen. Würde ich, glaube ich, machen. Da würde ich das dann auch nicht verweigern. Was ich halt schwierig finde bei so einer Frage, ob du wirklich als, ob ich mir das hätte vorstellen können, Soldat zu werden? Ich glaube, nein. Also so Berufssoldat oder sowas. Weil man auch einfach wissen muss, du selbst bist natürlich nicht Herr darüber zu entscheiden, wo du jetzt eingesetzt wirst oder nicht. Ja, du musst tatsächlich Befehle ausführen und du kannst eben auch so, wie du das bewertest, zum Beispiel so einen Einsatz wie in Afghanistan oder in Mali oder wo halt auch die Bundeswehr ist. Ja, das ist so komplex. Aber wenn du dich verpflichtet hast, dann musst du dahin in der Regel. Ja, als vielleicht nicht in der Grundausbildung oder eher als Rekrut, sondern aber wenn du Berufssoldat bist schon. Und da hätte ich schon meine ethischen Fragen, ob das wirklich das Richtige ist, da zu sein und so. Und deswegen würde ich sagen, ja, als Verteidigung, gerade für Familien, für Frauen, Kinder und für dein Land, habe ich damit kein Problem. Ich finde es sogar richtig, dass wir es machen. An sich habe ich aber eher dann, ja, ich bin halt Kriegsdienstverweigerer. Also ich könnte es für mich nicht als Berufsziel, muss ich ganz ehrlich sagen, vereinbaren. Ja, okay, spannend. Wir haben ja noch nicht über unsere Position geredet. Nur kurz, dass du Zivi gemacht hast. Ich musste das ja nicht mehr machen, auch wenn ich nach der Schule einen Brief bekommen habe mit Werbung, ob ich nicht in den Dienst gehen möchte. Also die Wehrpflicht ist ja nur ausgesetzt. Das kann sein. Es wird jetzt schon drüber geredet, dass vielleicht in ein, zwei, drei Jahren wieder eingeführt wird. Hoffentlich nicht rückwirkend. Das wäre auch ein bisschen hart. Lassen Sie alle stehen und liegen, was wir angefangen haben. Gehen Sie wieder. Genau. Ja, ich weiß noch so dieser Brief. Ich glaube, da stand schon das Gehalt drauf und so und das macht natürlich Lust. Ja, krass. Ziehen die dann die Leute. Ja, aber mir geht es genauso. Also ich würde, ich habe nämlich drüber nachgedacht. Mir kommt direkt ein Theologe in den Sinn, wenn ich darüber nachdenke, Christ und Soldaten. Und dieser Theologe ist Dietrich Bonhoeffer. Und relativ spannend, ja, weil Bonhoeffer ja eine Entwicklung gemacht hat. Und er war zuerst sehr für den Kriegsdienst und wurde im Laufe der Zeit Pazifist. Gleichzeitig war aber seine Vorstellung auch, ja, dass jetzt nicht eine allgemeingültige Ethik in dem Sinne da ist, dass es jetzt die Antwort gibt für jeden Menschen, du sollst Soldat werden oder du sollst auf gar keinen Fall Soldat werden, sondern war immer sehr von den Umständen abhängig. Und da kommen ja auch tausend biblische Argumente in den Sinn. Ja, eins wäre zum Beispiel, ja, du sollst ja die linke Wange hinhalten, wenn dich jemand auf die rechte schlägt. Ja, wie kannst du das mit dem Soldatentum vereinbaren? Und das ethische Dilemma ist aber eigentlich nicht so sehr dieses, ja, was ist, wenn ich geschlagen werde? Was ist, wenn etwas mit mir passiert? Sondern, was du ja auch schon angesprochen hast, Frauen und Kinder zu verteidigen. Also, was ist, wenn mein Nächster geschlagen wird? Soll ich dann auch mich rausziehen? Ja, soll ich dann nichts machen? Oder habe ich dann nicht eine Verantwortung gegenüber meinem Nächsten, da, ja, wie Bonhoeffer es dann gesagt hatte, halt dem Rad in die Speichen zum Beispiel zu fallen, ja, also da hineinzugehen und sich zu wehren? Ich denke, das macht diese ganze ethische Frage sehr viel komplexer. Ja, sehr viel. Und man muss auch sagen, Bonhoeffer hat natürlich einen unglaublich, unglaublich harten Weg dadurch gewählt, ja, als jemand, der dann auch in Gefangenschaft ging und im KZ gestorben ist. Und ich habe da, also da kann man nur tiefsten Respekt vorhaben. Und er hatte irgendwann natürlich auch keine andere Wahl mehr. Wenn man eben dann die Zeit damals vergleicht, das war eben auch so, dass ganz, ganz viele Länder aufgrund der Erfahrung des Ersten Weltkriegs gesagt haben, bloß nicht wieder Krieg in Europa, bloß versuchen, in der Diplomatie zu bleiben, im Frieden zu bleiben. Und selbst, nachdem Hitler dann eindeutig das Völkerrecht gebrochen hat, hat sich Österreich und Ungarn einverleibt und fing dann an mit dem Sudetenland und so. Und es hat nie jemand ihn gestoppt. Und dann hat man gemerkt, erst als er tatsächlich dann in Polen einmarschiert ist, also selbst da hat Amerika ja noch nicht mal Deutschland den Krieg erklärt, ja. Das kam erst nach dem Überfall auf Pearl Harbor oder, ja. Und wenn man sich vorstellt, wenn alle Leute gesagt hätten, wir halten die weitere Wange hin, dann wäre dieser Tyrann nie gestoppt worden. Also es ging wirklich nur, weil tatsächlich Länder gesagt haben. Ich hätte auch als Amerikaner sagen können, ich bin sicher hier, ja. Da geht mich nichts an, was da in Europa passiert. Aber ich halte wirklich das für falsch. Und ich glaube auch, dass wir gerade als Christen dazu berufen sind, tatsächlich auch für Gerechtigkeit einzustehen. Und das kostet manchmal was. Und das kann ich nicht pauschal sagen, dass jeder deswegen dann in Krieg ziehen müsste. Aber das muss man sich einfach, wir haben tatsächlich mit der Geschichte im 20. Jahrhundert in Deutschland so ein Bild davon, wenn nicht andere Leute gesagt hätten, wie wir kriegen diesen Menschen jetzt, dann wären wir letztlich auch nicht befreit worden. Und deswegen kann ich das nur nachvollziehen, dass Menschen in so einer Situation tatsächlich auch sagen, für mich bedeutet das, dass ich dann auch einen Kriegsdienst tue. Aber ich halte es einfach als Christ sehr schwierig zu sagen, ich wähle diesen Beruf, weil dann natürlich trotzdem, also töten wird letztlich dann zu deinem Beruf. Und du hast es nicht mehr in der Hand, zu sagen, ich mache das jetzt oder nicht. Ich meine, klar, in Deutschland ist das recht, du musst keinen Befehl ausführen. Du darfst einen Befehl verweigern, der letztlich gegen die Grundwerte verstößt und auch gegen die Menschenwürde. So einen Befehl musst du nicht ausführen. Nur, du bist halt letztlich dann doch Teil des Systems, das irgendwo in Länder reingeht, wo man dann auch im Nachgang rausstellt, sich herausstellt, das hat viel mehr Leid gebracht, als es irgendwas gebracht hat und so. Ja, und das ist ja dann eben die Frage, also jetzt im Falle von Krieg, mal hypothetisch angenommen, ja, uns würde sowas passieren wie in der Ukraine. Da ist ja ein Unterschied. Ja, es ist ja ein Unterschied zur Wehrmacht, die der Aggressor war, die die Angreifer waren auf Polen und sehr wohl hier im Unrecht waren und Polen, das sich irgendwie verteidigen muss. Und ich denke, hier liegt dann eben auch für mich die Antwort, wo ich auch sagen würde, ich würde auch mein Land verteidigen, wenn, also ich würde auch in einer Unrechtsherrschaft ungerne, ja, also da würde ich nicht mitmachen, da würde ich dann verweigern wie Bonhoeffer und sagen, ich gehe nicht. Da würde ich sogar ins Gefängnis für gehen, letztlich. Genau, ja. Und nicht Teil dieses Unrechts zu werden. Absolut, ja, und dann in dem Moment, denke ich, wäre das ethisch Richtige zu verweigern. Aber in dem Moment, wo eben einem Unrecht passiert hier, ja, Fahle Ukrainer, da zu verteidigen ist, denke ich, auch das Gebot dann der Stunde. Ja, aber was können es einfach für Gründe biblisch gesehen geben? Ja, eine Frage war ja hier, nämlich, das Gebot, du sollst nicht töten. Was würdest du sagen so, wie, wieso würde man das Gebot nicht brechen oder würde man es brechen, du sollst nicht töten, wenn man in den Krieg geht? Also es ist natürlich leichter, das so zu beantworten, wenn man auch das Alte Testament mit dazu nimmt, weil im Alten Testament war es völlig normal, dass auch quasi Gottes Volk oder auch Männer Gottes einfach für den Krieg berufen waren. Nehmen wir einfach König Davi, das war sein täglich Brot als junger Mann und selbst noch später als König hat er Kriege geführt. Ja, im Namen Gottes hat er aber auch Fehler dabei gemacht, aber für die Israeliten war es damals einfach völlig normal, in den Krieg zu ziehen. Ja, wenn ich jetzt aber Jesu Worte mir angucke, dann glaube ich, dass er uns einfach zu einem Auftrag gerufen hat, der nicht, also zur Verwirklichung seines Auftrags braucht er das Töten nicht. Weil sein Auftrag ist der, dass wir Gottes Reich bauen dürfen und sein Wort verkündigen. Und ich finde es halt ganz spannend, wenn man bedenkt, dass Simon der Zelot ja auch einer seiner Jünger war. Ich habe es jetzt gerade bei The Chosen wieder gesehen. Und man merkt, der wurde letztlich dazu gedrillt, als frommer Jude die Römer zu vertreiben und zu bekämpfen. Der war ein Mann des Krieges und die Tatsache, dass Jesus ihn gerufen hat, hat ihn dann zu einem Mann Gottes werden lassen. Und er hat auch gemerkt, dieses Mittel brauchte ich nicht mehr. Auch ein Petrus, der das Schwert genommen hat bei der Verhaftung und draufschlagen wollte, hat Jesus sich ganz klar dagegen gewandt und hat gesagt, dieses Mittel brauche ich nicht, um meine Ziele zu verwirklichen. Also von daher glaube ich, ist es richtig tatsächlich, dass wenn wir Jesu Auftrag ansehen, da hat das Schwert einfach keinen Platz. Er sagt ja, wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Aber das hattest du ja letztlich auch schon gesagt, wenn du angegriffen wirst, hast du das Recht, dich zu verteidigen? Ja, glaube ich. Also das Recht hast du, weil das hat einfach was mit Gerechtigkeit zu tun. Jesus macht in seinen Beispielen Ja, auch klar, dass eine unserer Aufgaben es ist, eben Waisen, Witwen, Frauen und Kinder letztlich zu schützen. Das ist also ein gerechter Dienst. Irgendwo steht sogar, das ist ein würdiger Gottesdienst, Witwen und Waisen letztlich zu helfen und auch zu schützen. Ich würde das dann gedeckt sehen davon. Jetzt sagt ja Jesus, was ich vorhin zitiert habe, wenn du, ich kann es mal vorlesen, ich umgeschlagen. Matthäus 5 ist das, also Bergpredigt. Ich sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, jetzt werde ich angegriffen und jetzt heißt es ja eigentlich, ich soll mich nicht verteidigen. Ich soll noch die andere Wange hinhalten. Könnte ja ein Argument sein von jemandem dagegen. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, was könnte das meinen? Meint das wirklich das? Meint das wirklich, dass auch, wenn mich auf der Straße jemand angreift und der zückt ein Messer und sticht mir in die rechte Seite und dann sage ich, hier ist noch die Linke. Das ist ja, das würde ich ja so nicht machen. Sondern natürlich würde ich wegrennen. Das ist doch ganz klar. Oder im besten Fall mit Gewalt das Messer aus der Hand schlagen. Ich würde jetzt nicht hoffentlich auf ihn einprügeln, bis er tot ist. Das sollte jetzt nicht da gemacht werden. Aber ich will mich ja verteidigen. Und soll ich jetzt hier wirklich, meint Jesus das? Und da würde ich denken, da hat die Bergpredigt eine überwiegend geistliche Bedeutung. Also auch wenn Jesus sagt, hey, wenn deine rechte Hand dich zur Sünde verführt oder dein Auge, dann reiß es raus. Schneid den Arm ab. Meint Jesus das wirklich so? Und ich würde sagen, nein. Im Neuen Testament, in den Paulusbriefen, wird es dann entfaltet. Nämlich die Glieder, die auf Erden sind. Die Glieder der Ungerechtigkeit. Die sollen wir abschneiden. Also es hat eine geistliche, Bedeutung, dass diese Glieder nicht wirklich unsere Hand ist, sondern es sind die Dinge, die noch in unserem Herzen sind, die hier auf Erden sind. Und so würde ich auch denken, hat auch diese Aussage, die andere Wange hinzuhalten, diese geistliche Bedeutung, ich soll nicht in meinem Stolz mich verteidigen, wenn ich angegriffen werde, sondern ich soll, ja, ich soll mich verletzbar machen, so wie Jesus sich verletzbar gemacht hat, der stumm war wie ein Schaf, ja, der auch Dinge in einer geistlichen Bedeutung, ja, bei ihm war es dann auch durchaus praktisch, ja, weil er das Sündenwerk am Kreuz gemacht hat, aber weil er Dinge über sich hat ergehen lassen. Und da würde ich sagen, das wäre so meine Antwort, ja, wenn jemand mit der Stelle kommen würde, die ich denke, wir sollen auch nicht unsere Arme abschneiden, sondern so müssen wir halt eben diese Stelle auch deuten, dass wir die andere Wange hinhalten sollten, eben, ja, dass es eine geistliche Bedeutung hat. Also ein praktisches Beispiel, wo ich mir aber doch vorstellen kann, dass gerade das aus Matthäus 5 auch Realität wird, wenn man am Anfang an die Seligpreisung denkt, da sagt er ja auch, also, glückselig seid ihr, die ihr um meine Willen verfolgt werdet, ja, euch wird Gerechtigkeit widerfahren, hoffe ich, ist jetzt, glaube ich, die richtige Antwort, aber wenn ich daran denke, zum Beispiel an die verfolgten Christen in Nordkorea, in China oder so, die in Lagerhaft sind und wo wir auch Geschichten hören, einer, wirklich ein ganz krasser Autor, auch der Wurmrand, der wäre in Rumänien in der Zeit der Kommunisten auch im Gefängnis, der wirklich gefoltert wurde und es passiert einfach heutzutage, ja, hundertfach, tausendfach mit Christen. Da würde ich sagen, wenn ich im Gefängnis wäre und um Jesu Willen, weil ich ihn liebe, weil ich sein Wort verkündet habe oder Bibel verteilt habe oder was auch immer im Gefängnis wäre, da würde ich sagen, da wird das dann tatsächlich praktisch, dann würde ich das auch erdulden, wenn mich da jemand foltert und sogar stirbt, also tötet, das würde ich hinnehmen, weil es tatsächlich ganz klar um seinen Willen ist und von daher gibt es leider auch viele Christen, wo das auch eine praktische Folge hat, die tatsächlich die Schläge nehmen, ganz tatsächlich und dann eben sich nicht dagegen wehren, weil es um der Sache Jesu Willen ist. Die Situation, dass mich jemand auf der Straße überfällt und dabei mit dem Messer bedroht, ist einfach was ganz anderes. Der will meine Tasche haben oder meine Geldbörse oder irgendwas anderes. Es ist nicht um Jesu Willen, ja. So, da würde ich auch Widerstand leisten. Aber natürlich würde ich ihn nicht töten, das ist ganz klar. Also außer Wehr setzen oder mich irgendwie wehren, das ist klar. Aber da würde ich auch anders reagieren und nicht sagen, ach, hier ist noch die andere Wange. Ja, also man merkt schon, ja, man muss da wirklich ganz ins Detail gehen und schauen, ja. Also hochkomplex eben, ja, weil es ganz viele Szenarien gibt, die es dann zu durchdenken gibt. Und ja, einfach genau dieses Du, trotzdem noch mal zu diesem Du sollst nicht töten, das ist ja eben relativ spannend. Gott gibt dir das Gebot, du sollst nicht töten. Und gleichzeitig gibt er aber auch den Auftrag, z.B. an das Volk, Israel ins Land Kana einzuziehen. Und er sagt ganz klar, tötet die Leute, die halt Ungerechtigkeit betreiben, ja, teilweise ganze Völker, ja. Und hat jetzt hier gerade Gott zur Sünde aufgerufen? Ja, hat Gott hier gerade, ich denke nicht, ja. Denn wenn wir uns andere Gebote anschauen, ja, nirgendwo würde Gott sagen, begeh Ehebruch. Ja, das ist einfach nicht der Auftrag. Ja, Gott würde nicht sagen, wir sollen bewusst sündigen. Ja, manche sagen dann so, ja, aber wie ist das mit, war das Hosea, der da die Frau Prostituierte geheiratet hat? Ja. Da würde ich auch sagen, wo ist da die Sünde? Ja, sie war eine aus dem Volk Israel, ja, auch wenn sie, wenn sie selbst gesündigt hat. Aber er hat sie zur Frau genommen. Und insofern hat er letztendlich einfach nur eine Frau mit einer heftigen Vorgeschichte geheiratet. Aber ich sehe da auch nicht, ja, wo ist hier die Sünde an sich? Und so denke ich, ist dieses Gebot, du sollst nicht töten, letztendlich das Gebot wie bei Kain und Abel, wo wir das zum allerersten Mal sehen, wo der Kain aus Zorn heraus durch die Sünde seinen Bruder Abel umbringt. Ja, also der Lebensschutz ist wirklich im Israel und auch in dem Gesetz Mose sehr, sehr hoch gewesen. Also selbst Totschlag, also Fahrlässigkeit wurde ganz schwer bestraft. Ja, dieser Mensch hatte eigentlich nur noch die Chance, also dieser Täter in eine der Zufluchtsstädte zu fliehen und dort getrennt von seiner Familie quasi im Exil sein Leben zu leben. Ja. Sonst hatten die anderen das Recht, ihn zu bestrafen, was damals auch bedeutete, ihn zu töten. Auch zum Beispiel das ungeborene Leben war geschützt, ja. Also wenn bei einem Streit, da gibt es auch eben die alte Rechtsprechung, bei einem Streit eine schwangere Frau einen Schlag auf den Bauch kriegt und das Kind stirbt da dran, dann gab es auch eine hohe Strafe für die Person, die das gemacht hat. Wo man einfach auch merkt, das hat Gott nicht einfach nur so dahingesagt. Aber es zählte halt nicht im Kriegsfall, ja. Also es meinte tatsächlich eben die Tat eines einzelnen Menschen gegen einen einzelnen Menschen. Für den Krieg hat Gott andere Gesetze gehabt und die, muss ich sagen, sind halt die, wo wir doch manchmal natürlich dran zu knabbern haben, ja. Weil es da um ganze Völker geht. Manchmal geht es dann wirklich auch um die ganzen Familien, die dann beseitigt werden oder verschwinden. Das ist aber nicht das, was die zehn Gebote und dieses Gebot, du sollst nicht töten, meint. Und dafür, ja, das ist bei Gott in einer anderen Kategorie gewesen. Ja, übrigens ganz spannend, wenn man sich die ganzen kleinen Propheten anschaut, da sagt ja Gott auch ganz viel zu Völkern, die nicht das Gesetz von Israel bekommen haben. Und er zeigt ihnen ja ganz klar die Sünde auf und sagt auch, wo er sie bestrafen wird. Ganz spannend, ja. Ich hatte da mal ein Seminar drüber, eine Vorlesung, dass Gott letztendlich tatsächlich Kriegsverbrechen bestraft, ja. Denn was er da sagt, ist nicht, oh, ihr habt den Sabbat nicht gehalten oder so, weil das Gebot haben diese Völker gar nicht bekommen. Sie hatten das Gesetz nicht. Aber was er bestraft ist, ihr habt, ihr habt Kranke getötet, ihr habt Schwangere aufgeschlitzt, ja. Ihr habt, ihr habt einen Friedensvertrag geschlossen, und ihr habt trotzdem angegriffen. Und das ist letztendlich auch, ja, worüber wir sehen können, ja, wie Gott jetzt zum Beispiel auch diesem Ukraine-Russland, oder sie würden wahrscheinlich sagen, nur Russland-Krieg, ja, weil sie sagen würden, hey, wir als Ukrainer führen keinen Krieg her, der wird uns angetan. Aber wo ich denke, Gott, ja, der schaut da, denke ich, drauf und er ist ärgerlich über dieses Kriegsverbrechen, dass trotz einem Friedensgebot, ja, hier jetzt ein Angriff plötzlich stattfindet und Verträge einfach mal annulliert werden und so, ja. Also könnte ich mir vorstellen, wenn es heute so kleine Propheten geben würde, ja, die würden genau sowas dann, dann ankreiden. Genau. Aber was ich mir interessieren würde, mal im Juristischen, ja, da bist du ja ganz fit drin, ne? Unterscheidet man da auch so von den Worten her so vielleicht Mord und Totschlag oder Mord und Tötung oder so? Ja, ja, das ist ein ganz anderer Tatbestand. Also wenn du jemanden normal einfach nur tötest, ist es halt ein Totschlag und das kann eben vorsätzlich sein oder fahrlässig. Aber Mord ist im Prinzip das Schlimmere und auch nur für Mord gibt es eigentlich lebenslang. Und Mord kommt, wenn eben auf eine Tötung noch ein niederes Motiv kommt oder eben die Art und Weise, wie die Tötung erfolgte, besonders zum Beispiel grausam ist, so ein Mordmotiv oder aus Habgier, ja, oder heimtürkisch oder eben auch um anderes Verbrechen zu, ja, zu verbergen oder zu ermöglichen. Das sind dann so erschwerende Motive, die hinzukommen müssen, dass man wirklich von einem Mord spricht, ja. Ja, das habe ich jetzt letztens in einer, ich habe ab und zu mal angefangen, so echte Kriminalfälle mal nachzuschauen, weil es mich mal interessiert hat, wie wirkt da auch der Staatsanwalt da und die Polizei, wie arbeiten die zusammen? Und dann habe ich auch gelernt, so das Mordmerkmotiv mit der Heimtücke, das ist so das Schlimmste, glaube ich, was man, oder? Besonders schwere Heimtücke oder irgendwie sowas. Nee, also das ist, es muss halt das vorliegen und das ist, aber jetzt, wenn man zum Beispiel, es gab jetzt gerade diesen Fall, dass diese beiden Polizisten dort bei der Kontrolle auf dieser Landstraße einfach erschossen wurden und das ist eben zum Beispiel Heimtücke, wenn die völlig arglos sind und gehen da hin und denken, sie kontrollieren jetzt einfach nur einen Führerschein, da hat ja keiner die Waffe im Anschlag, also wir sind ja nicht in den USA und ohne irgendeine Vorwarnung macht er das Fenster runter und hat die Waffe. und Baller drauf los. Also da war wehrlos die Person, die, das war ja auch eine junge Frau, eine Polizistin, das ist zum Beispiel heimtückisch, ja, wenn du, das ist dann auch alles definiert, das ist dann auf Arglosigkeit beruhende Wehrlosigkeit auszunutzen. Ja, das ist besonders schlimm. Ja, und ich denke, so sehe ich halt jedes Gebot. Du sollst nicht töten, wie wir würden es wahrscheinlich halt vor allem mit Morden beschreiben, aber es gibt halt bei Gott auch schon den Totschlag, ja, mit den Zufluchtsstätten und so, aber letztendlich der Kriegsdienst an sich, das war sogar oft ein Gebot, ja, in einer besonderen Situation und im Neuen Testament sehen wir, ja, wurde ja auch in der Frage gestellt, die Obrigkeit anerkennen, ja, Gott erkennt den Staat an und er sagt sogar über den Staat, Römer 13, er ist derjenige, der das Schwert in der Hand hat, ja, also, ähm, Gott spricht das, duldet das nicht nur, sondern er sagt letztendlich, das ist die Aufgabe des Staates, ja, und das habe ich eingesetzt als meine Ordnung. Also ganz interessant ist zum Beispiel, ähm, ja, Gott, oder Jesus hat einen Unterschied gemacht, ähm, ähm, bei denen, die seine Jünger wurden, da hat er einfach gesagt, okay, du kommst aus dem, ähm, aus dem Bereich, es ist ja keine reguläre Armee gewesen, die Zooloten, ja, deine Aufgabe war das Morden, ich ziehe dich hinaus, du sollst Menschenfischer werden, ja. Ähm, da merkt man einen Unterschied, aber dann lesen wir schon in der Apostelgeschichte, ähm, dass bei der Frage, wer wird dann Christ, wer wurde erreicht, ähm, da wurden ja auch Soldaten erreicht, ja, es gab schon den Hauptmann, den römischen Hauptmann, der schon zu Jesus Zeiten dann so ein Glauben hatte und auch bei Paulus lesen wir, dass ganz viele Leute im, ähm, also da in dem Zenturium oder also einfach in dieser, ähm, in dieser Gruppe von Soldaten, die ihn auch bewacht hat, Christen geworden sind, da lesen wir nirgendwo den Ruf oder den Befehl, geht da raus, also geht raus aus dem Beruf, das dürft ihr nicht mehr, das ist für euch als Christ nicht mehr angemessen, Soldaten zu bleiben. Das lesen wir nirgendwo, ja, also da wurden tatsächlich Menschen mit dem Evangelium erreicht, die waren Soldaten und welche, die waren nicht Soldaten, ähm, es gab dann aber keine Folge da drauf, wenn du Christ geworden bist, musst du nicht mehr Soldat sein, das lesen wir nirgendwo, sondern das war dann tatsächlich ihre Aufgabe, dient dort, wo ihr seid und, äh, dient im, im Geiste Christi heißt letztlich, ähm, hilft den anderen, ähm, verbreitet das Evangelium, ähm, seiten Licht dort, wo ihr seid, in eurem Beruf und in dem Beruf bedeutet es eben natürlich auch in Kriege hineinzugehen, das war so, ähm, ähm, aber das hat nicht, ähm, nicht bedeutet, dass du nicht trotzdem ein aktives Glaubensleben und auch ein aktives Christenleben führen kannst. Ja, ich meine sogar, es gibt Funde, ähm, von, von Soldaten, ähm, die dann ihre Gebetsstätten hatten, ja, oder, äh, es gibt ja auch den, äh, na, wie heißt der denn, Alexandrinus, glaube ich, oder so, es gibt so ein Wandgemälde, was man gefunden hat, ja, äh, wo dann der Alexandrinus, äh, verhöhnt wird, ja, Alexandrinus betet seinen Gott an und dann ist da Jesus halt als Eselskopf gemalt, um die Gottheit halt zu, herabzuwürdigen, ja, genau, und, äh, und das, äh, ja, wurde in der Kaserne gefunden, also irgendwie, ähm, keine Ahnung, ob die jetzt durchgängig als Kaserne auch genutzt wurde, aber da sieht man einfach auch, auch Andeutung, auch wenn ich weiß, dass in der Kirchengeschichte auch die Frage doch immer wieder auch schon in den ersten Jahrhunderten sehr schwierig war, ja, aber als eine, eine Bibelstelle, die mir noch zum Schluss einfällt, ist, ähm, Johannes der Träufer, da kommen ja die Soldaten zu ihm und, und fragen ihn, was sollen wir tun, ja, und es geht ja um Buße, es geht darum, äh, ja, sich, äh, für das Reich Gottes zu öffnen, sich taufen zu lassen, sich bereit zu machen und, äh, die Antwort von Johannes dem Träufer ist, ähm, ja, letztendlich übt eurem Beruf halt in Gerechtigkeit aus, ja, also, äh, ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber halt schändet keine Frauen sozusagen, ja, äh, nehmt nicht unnötig oder ungerechten Lohn oder, ähm, aber er sagt halt nicht, hört auf, Soldaten zu sein. Ja, das sind so, so ein paar Gedanken, ja. Aber es ist schon schwierig, dass wir in einer Zeit leben, wo tatsächlich diese Gewissensentscheidung wieder Relevanz bekommt. Ja, voll. Also, wir wollen es alle nicht hoffen, aber vielleicht bekommt sie nochmal krassere Relevanz, äh, vielleicht gibt es irgendwann wieder eine Wehrpflicht und wir müssen uns das fragen und da, ähm, glaube ich, dass man auch einfach jeden ermutigen kann, den das betrifft, tatsächlich, ähm, ins Gebet zu gehen und zu gucken, was dein eigener Weg sein soll, denn, denn das kann unterschiedlich sein, darauf kann man keine pauschale Antwort geben, ähm, du begehst letztlich keine Sünde, wenn du Soldat wirst, ähm, und du begehst aber auch keine, wenn du es nicht wirst, ja, das ist so wie mit dem Heiraten, sind wir jetzt wieder dabei. Stimmt. Vielleicht kannst du dort Gott auch dienen, ähm, aber vielleicht hat er auch einen Ruf für dich in was ganz anderes, ja. Ja, ähm, da wünsche ich einfach jedem, der da vielleicht in Zukunft vor die Wahl gestellt wird, einfach da viel Weisheit. Ja, und wer, wer es mit seinem Gewissen wirklich gar nicht vereinbaren kann, also. Der muss es ja Gott sei Dank nicht, ja. Genau, und, äh, dann, dann kann man ja vielleicht trotzdem irgendwie dienen, ja, im Sanitärzelt, ja, oder, oder was auch immer, ja, und, ähm, aber ich stelle es mir auch für mich krass vor, ja, also eine Menschen im Krieg aus, äh, als Verteidigung, ja, eine Menschen zu töten, es ist eine heftige Sache, das ist so. Du musst es auch irgendwo dann verarbeiten im Nachgang wahrscheinlich, ja. Voll, und da können wir ja für beten, ja, ähm, gibt es nicht auch die, die Stelle, dass wir für die Obrigkeiten beten sollen, ja, die gibt es natürlich, aber halt auch, dass wir im Frieden das Evangelium verbreiten, ich glaube, das ist dann die, die Folge, der Folgevers, das, ja, und ich denke, ja, es ist die Zeit zum Beten dafür. Ja, und das Gute ist auch tatsächlich, wenn du merkst, das wird nichts für mich sein und du hast Angst davor, das zu machen, es gibt zum Glück in Deutschland auch immer noch Dienste, ähm, durch die du das dann ersetzen kannst, ja, wer zum Beispiel bei der Feuerwehr ist, ja, der wird nicht gezogen, also nie, das, äh, da musst du auch gar keinen Wehrdienst ableisten, ähm, oder auch andere Dienste wie THW, vielleicht ist das dann eine Aufgabe, wo du sagst, ja, also Katastrophenschutz, wie jetzt im Ahrtal, als die Flut war, ich gehe zum THW und diene dort, ähm, du musst nicht in den Krieg, wenn das nicht für dich ist, das kann ich auch einfach da nur jedem empfehlen, du tust auch was Gutes für Menschen. Ja, also, Christ und Soldat ist das vereinbar, wir sagen, ja, unter den gegebenen Voraussetzungen. Ja. Das war die heutige Wortreich-Folge. Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.